Ich kann mir nicht vorstellen, dass es deswegen in einem Hause spukt. Sie vielleicht? Versuchen Sie nicht, meine Pläne zu vereiteln. Wenn Sie mich zwingen, diese Luke zu schließen, dann sind selbst Ihre lautesten Schreie nicht mehr als ein Echo, das durch Ihre Zelle halt. Sie werden niemals die Wände durchdringen. Niemand wird Sie hören. Hallo? Sie hätten Sie nicht töten sollen, Mr. Shenley. Woher wussten Sie, dass Sie... Sie hätten auf keinen Fall Ihre Frau töten sollen, Mr. Shenley. Zum Teufel, wer sind Sie? Wir sind jetzt frei, wir sind frei! Wo seid ihr denn alle? Gott! Nein, nein. Das gibt es doch nicht. Tog!